Hallo, grüß Gott. Ich verlange Quote Quest 6. Was? Jetzt. Was verlangen Sie? Quote Quest 6. Quote Quest 6? Es geht jetzt los. Was? Jetzt geht's los. Weltrevolution? 3, 2, 1. Sehr gut. High five. Nice. Boarhaus. 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 German is such a cool language. Looking for a German girlfriend. Oh, I have a boyfriend, and she too. Boarhaus. So, I love you. I love you. Boarhaus. Boarhaus. Wollt ihr auch in unserem Kampfleer sein? Bitte? Dann müsstet ihr nur winken, so nach vorne. Da. Warte. Winken? Ja genau. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Am I the only one from India here? What? Am I the only one from India here? You're from India, yes? Ja! Maybe you can make a thing about your neck. Like, I'm from India. Who else? And then stay there. Maybe... Tja, mei! Da fällt mir glatt, da gau die Zapfen vom Baum! Jungs, ich liebe euch! Danke! Ich bin schwul! Ich nicht, sorry! Lululululu? Nee, sorry! Rufband! 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 Das ist doch gut! Rufband! Hallo! German is such a cool language. It sounds awesome. No, we are Spanish. Spanish, oh! Taco. Taco? No, I'm sorry. Taco is Mexican. It's not me. Number two. Buzzer! Buzzer! Que passa? Aaaah! Que passa? Que passa? Hey, wie war die Stimmung in der DDR? Keine Ahnung, sie hielt sich so ziemlich in Grenzen. Jungs, ich liebe euch. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott! Hallo Leute, ich wechsle jetzt mal in den Vlogmodus. Ich finde, es gibt hier einfach so wundervolle, tolle Leute die ganze Zeit! Mann, guckt euch an, wie toll die alle aussehen! Klasse! Soll ich übersetzen? Ja, on the fly so. Während ich spreche, musst du Englisch sprechen. Hallo Leute! Na, wie geht's ab? What up? Wir haben uns heute mal gedacht... Wir begrüßen mal die Leute, die wir persönlich kennen und die uns bei Patreon unterstützen. Oder die uns schon ewig verfolgen. Long time. Und da haben wir uns mal richtig was gegönnt. Wir haben uns an der Donatorenwand. Donation Wall. Und haben uns richtig was gegönnt für euch. Leute, ja, die kennen uns persönlich und unterstützen uns und das ist für euch. Just for you. Das machen wir auch noch mal. Mach mal Aktion. Oh mein Gott! Nummer 1, bitte... Oh my god... Richeleid muscles Dieses Instrument war... Ihr hattet halt echt genau gleichzeitig diese Eingebung, Alter. Also ganz kurz, wir wollten grad was filmen. Aber uns ist halt grad gleichzeitig aufgefallen, kein Sound da. Also es wär jetzt Quatsch geworden. Ich hab so... Ich wollt grad luft und denkst so, Moment mal, wie laut muss ich das jetzt eigentlich sagen? Hahahaha!